Guten Morgen! gut alle gut geschlafen aber leck mich am Arsch leckten mit der Stau um heute Mora und zusammen 1 Mora bevor wir was anderes gemacht wird eine Frage in die Hunde hat jeder noch seine Hose an Ja, ja. Gut, aber der weiß ich es nicht in der Nähe. Wer hat die Apotheke dabei? Ja, ich. Ja, der Gord ist in seinem Fahrzeug. Boah, ich muss ja erst mal pissen. Ich kann gleich wieder... Oh, Leute, super Feier gestern. Vielen Dank dafür, ey. Eins steht fest, ich nehme keinen in meinem A&G mit. Nicht, dass mir einer auf die Rückbank... Also, ich würde ja sagen, wir gehen jetzt alle zum Gord des Fahrzeugs und tun uns alle eine Kopfschmerztablette. Gute Idee. Gute Idee, mir nach. Den Wälder lassen wir einfach hier oben liegen. Ja, der ist unwichtig. Der ist sowieso mit Sicherheit auch unwichtig. Kann einer sein Xeroyer mitnehmen, damit er nicht hier vorne steht? Ja, vor allem, wer weiß, ob er noch nicht durch Zufall wach wird. Nachdem er sie gestern schon so schlimm beobachtet hat. Ich muss mich ein bisschen beeilen, die laufen alle weg und dann bin ich der Letzte hier. Da muss ich mir aufhören, da muss ich ja aufpassen. Eieieiei. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Also, schaut, äh, nee. Herzlich willkommen bei der neuen Folge Real Farming LS19 meets Reality im Jahre 2021. So, okay, das kommt mal an meinem Board. Okay, okay. Das wird hier noch ein bisschen geböllert, aber das ist nicht so schlimm. So, haben wir mal die Klabe auf hier. Hier machen wir mal fit. Danke. So, wer braucht noch eine? So, das ist auch die letzte Folge, die nachvertont wird. Also, ab morgen ist wieder, oder, beziehungsweise ab heute Nachmittag. Ecke. Ja, hier bitte. Dankeschön. Ist wieder alles in der Reihe und ich muss nicht nachvertonen. Das heißt, der Ton müsste einfach auch besser wieder passen. Aber so ist es halt manchmal. So, warte mal, wo sind die jetzt alle? Da. Wer braucht noch was? Ich? Bitte. Hier. So, hier hinten. Ja, ich komm. Gib mir gleich zwei. Ja. Ja, hier haben sie. Danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss. Oh, was ist denn das? Oh, da die Waldfee, die, die Kombination sieht aber gut aus. Das kann man überlegen. Das ist der, das ist der Blaubeer, ha? Können wir nochmal aufhalten. Komm mal raus, Björn. Björn. Moin. Hallo. Hi, Björn. Und alles gut? Was ist denn das für ein Ding? Mal schauen, was er kann. Bitte? Ist der neu? Ja. Krasse Kombination, ohne Witz. Nö, auch den haben wir doch da von Anfang an, unser Ladewagen. Was, das Riesending? Ja. Der ist damals übergeblieben, nach der Versteigerung. Aha. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Oh, ja. Naja. Genau, richtig. Und froh ist mir, das wünsche ich dir noch, gell? Also, alles Gute. So. Jetzt. Ja. Ja. Gut. Das Feld noch voller Stroh liegen. Ah, okay. Und einsammeln. Jo. Ne, wir sind gerade noch im Zwiebel enden. Holger. Dann. Ja. Bis. Peter. Ja. Ja. Danke. Gleichfalls, ne? Ja. Bis dann, ciao. Bis denn, ey, ciao. So. Ich gehe jetzt mal runter. Zu meinem MB-Track. Ähm, und dann werde ich die Sämaschine am Parkplatz abkoppeln. Die lasse ich da ja stehen für einen Neumann. Und dann werde ich mich, glaube ich, wieder auf den Wald machen. Das ist ein Sägewerk. dass wir da noch ein bisschen vorankommen. Die Wege sind soweit. Da ist das gute Ding. Hä, 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 hä. Noch ein bisschen müde hier. So, aber die Feier war gestern mal wirklich gut. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut ins neue Jahr gekommen. Ähm, und, äh, äh, ja. Wir machen hier auch weiter. Ähm, ich muss mal gucken. Also wir, wir fahren immer noch ganz gut mit LS19 und dem Roleplay. Die Map geht natürlich auch weiter. Also wir haben ja erst vor kurzem die 1.5 released. Und, äh, ja, wir gucken einfach mal. Also, was natürlich sehr hilfreich wäre, wenn sich der eine oder andere noch findet, der hier Bock hätte, mitzuspielen. Äh, über 18 einfach rollenspielen möchte. Ähm, Erfahrung ist nicht unbedingt notwendig, aber dann einfach auf dem Discord-Server äh, bei Malonation melden. So. Gut. Dann fahren wir zum Hof. Volker Raguna, hallo. Jo, Volker Dieseli hier. Servus. Hi. Ähm, ich bringe, ich bin gerade auf dem Weg zum Händler. Jupp. Mit, äh, Sämaschine und Düngerstreuer, der Drescher ist schon weg. Supi. Ähm, was hältst du davon, wenn wir dann das Geld in, äh, weitere Produktion stecken? Finde ich schwierig. Zum Beispiel einen Schreiner. Mhm. Weil die drei Dinge, die wir brauchen, die haben wir jetzt alle zusammen, wie zum Beispiel Wolle und Holz. Das ist richtig, aber ich finde, wir sollten erst die Kredite abzahlen, weil da haben wir immer noch, äh, einiges offen. Und wenn die abbezahlt sind, dann kann man vielleicht weitergucken. Okay, dann ruhe ich gleich nochmal den Norman an, dass ich dann schon einen Teil von dem Verkauf der Fahrzeuge in den, äh, Kredit reinschmeiß. Das wäre gut. Äh, für den Drescher, ich hatte 11.000, jetzt habe ich 290.000, bedeutet 279.000. Äh, das ist schick. Äh, eine Viertelmillion, über eine Viertelmillion. Nochmal raus. Kredit reinhauen. Ja, mach das. Ist optimal. Gut, und danach kümmere ich mich um die, deren Felder. Äh, was soll denn auf die Felder dann drauf? Oh. Irgendwas, was viel Geld bringt, ich weiß gerade gar nicht. Nee, wir haben die erste, okay, auf 1, 2. Naja, doch, stimmt für den Neumann-Gäste. Okay, wird dann gemacht. Okay. Gut, und der Müller ist ja immer noch beim Ernten von den Zwiebeln, oder? Alles klar. Mach erst düngen und dann tiefenlockern, weil dann haben wir schon mal den Dünger in den Boden reingearbeitet. Naja, das ist wichtig. Gut, bis gleich. Bis denn mal, tschüss. So. Gut, dann läuft das auch. Und ich kann mich dann wieder um die Produktion kümmern. Beziehungsweise, glaube ich, der Raysex wollte ja, glaube ich, vorbeikommen, um Paletten abzuholen im Sega-Werk, also Leerpaletten. Mal gucken, ob der schon da ist, dann. Vorhin hatte ich eigentlich noch einen Anruf, aber ich habe keine Ahnung, wer das war. Vielleicht ruft er ja zurück. So. Nachdem ich jetzt festgestellt habe, dass die letzten Folgen alle ohne Ton waren, meinerseits, und nicht alle Folgen nachzudenken, ist es ungefähr so, was der Proffekt auch gewesen sein könnte. Und dann auch noch mein Spiel abgestürztes, in der Aufnahme bin ich jetzt wieder da. Und, äh, ja, wir sind auf dem Weg zum Sägewerk. Es ist unglaublich. Ich habe ja mein PC-Setup vor der Aufnahme-Session neu aufgebaut, als er ins Haus gewandelt ist. Und ich habe auch vorher dran gedacht, hey, du musst gucken, ob das Aufnahmepramp das Mikrofon drin hat. Und, ich habe es nicht tunig, wie soll es nicht anders sein, vergessen nachzuschauen. Ah, halt, ich bin jetzt der Gellett. Ich nehme schon wieder rein. Gucken wir mal, ob der Jürgen schon da war. Ob er Leerpaletten abholen. Ob er gerade da ist. Wo ist der Manitou? Jürgen? Jetzt hat er einen Tank leer laufen lassen, ey. Klingelingeling, Klingelingeling. Da wer? Jo, wer war denn hier beim Manitou? Das war Raysex. Ach, so ein Vollhorst, ey. Der hat einen Motor nicht ausgemalt, jetzt ist Tank leer. Raysex, der hat schnell wohin müssen. Aber der hat vorhin schon gesagt, dass da der Tank schon fast leer war. Ja komm, fast leer, der war doch halb voll. Der war fast leer, wäre er zu mir gesagt. Ach, das kann jeder behaupten. Oh je, warte. Kommt er nachher zurück? Do se, vasio. Okay, oh Mann, Tankanhänger. Gut, bis dann. Bis dann, ciao. Ja, ja, nee, klar, ich weiß ja, dass der Anhänger verbritt dankbar ist leer war. Aber man kann ja mal ein bisschen bis in den Jürgen die Blaubeeren auch nicht auf die Schippe nehmen. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, hat ich mich auf den Like, auf den Kommentar vorhin. Auf alles. Und bis zum tschüss.